Herzlich Willkommen in Bigorti AG. Ich bin Tepedo Barbosa, gelernte Plattenleger und Steinmetz und ich zeige euch, was ich im Alltag mache. Der Steinmetz ist einer der ältesten handwerklichen Berufe, die es gibt. Die Lehre zum Steinmetz dauert vier Jahre. Zu unserer Tätigkeit gehört Bearbeiten und Verarbeiten von Naturstein. Ausserdem hauen, flicken, schliefern und vieles mehr. Zum Schaufen braucht man nicht nur Hammer und Meisen. Du musst mitbringen, körperlich fit zu ziehen, gute Raumbohrstellung und handwerklich geschickt sein. Auch meine Berufe gefällt mir. Wir sind Künstler. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und der wird dich bei der Firma Goof. heute noch.